Mein Name ist Harm. Ich arbeite im Forschung- und Entwicklungscontrolling bei Continental. Nebenbei bin ich Fußball-Schiedsrichter in der Bundesliga und das ist bis heute meine große Leidenschaft. In der Bundesliga Spiele zu leiten ist ein grandioses Gefühl, was absolut cool ist, vor 50.000 Zuschauern ein Spiel zu leiten und sich auf die einzelnen Mannschaften einzulassen. Ich glaube, man kann nur das gut machen, was man auch gerne macht und dann fällt es einem manchmal auch nicht so schwer, wenn man viel Zeit investieren muss. Die meiste Zeit geht für die Spieltage natürlich drauf und damit verbunden natürlich die An- und Abreise, das Spiel an sich und dann ist in der Woche viel Zeitaufwand notwendig für Training, Vorbereitung, aber auch eine Nachbereitung der Spiele und dann versuchen, daraus irgendwo für die Zukunft was mitzunehmen. Ja, Controlling klingt ja erstmal langweilig für viele. Für mich ist es trotzdem der Traumjob, total vielseitig und abwechslungsreich und gleichzeitig das Umfeld am Standort. Das ist schon was mich total anspricht. Die Arbeitszeitreduzierung auf 28 Stunden die Woche kommt natürlich mir persönlich am ehesten zugute und deshalb ist es wichtig, dass ich im Vorfeld natürlich frühzeitig die langfristigen Termine auch bekannt gebe und meine Kollegen einbinde. Aber wenn sich jeder daran gewöhnt, ist das am Ende eigentlich eine ganz normale Sache. Der Job macht mir unheimlich viel Spaß und ist ein toller Ausgleich zu meiner Leidenschaft der Schiedsrichterei.